Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Minecraft Let's Play und damit auch mein allererstes Let's Play überhaupt. Da ich allerdings nicht dafür sorgen kann, dass ihr schon mal vorher mein Bauch direkt seht, muss ich ein bisschen so laufen. Lalalala, lala, ja, meine Schafe, ha, ha, ha. Äh, und, ja, da sind wir schon, nämlich, ja, ihr habt ihn alle erkannt, hoffe ich zumindest, sonst bin ich traurig, der alte, weise Mann aus Legend of Zelda. Was macht er hier? Ja, okay, konnte ich mir nicht verkneifen, tut mir leid. Und jetzt kommt, oh, mein Nether-Portal. Ist es nicht schick? Wunderschön, oder? Ja, okay, man könnte besser machen. Und ich habe auch schon gehört, dass die Lava vielleicht keine so gute Idee ist, aber was soll's, ich wollte es so haben. Puh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich mache mir mal so ein bisschen gruselige Musik an. So, die so ein bisschen im Hintergrund läuft. Und dann wollen wir uns doch einfach mal den Nether angucken. Puh, ist das gruselig. Puh, ist das dunkel hier. Ja, aber man merkt, ich verarsche mich gerade so ein bisschen selber. Was war das? Oder kam das aus meiner Musik? Ich glaube, das kam aus meiner Musik. Na gut, dann wollen wir einfach mal weiter lieber. Ich baue ein Haus, ein wunderschönes Haus. Naja, ich sing lieber nicht. Ich glaube, das kann ich euch nicht antun. So. Oh, ich höre ihn. Ich habe ihn gas gehört. Ich habe ihn genau gehört. Gäste sind, glaube ich, sowieso meistens in der Luft. Dann wollen wir doch einfach mal... Naja, geschickt. Wo ist er? Ich höre ihn. Ich höre ihn ganz genau. Ich sehe ihn. Ach, wisst ihr was? Äh, dann soll es mir egal sein. Dann hoffe ich nur, dass er mir nicht in den Rücken schießt. Irgendwie habe ich ja mal Lust, dass... Ah, scheiße. Dreckskerl. Da hinten ist das scheiß Vieh. Scheiße, es sind zwei. Ah, getroffen. War der jetzt mit einem Schuss tot oder haben wir ihn vorher schon getroffen? Komm her, du scheiße Drecksdick. Ist er mit einem Schuss tot? Ist ja langweilig. Auf jeden Fall ist hier viel Feuer. Scheiße, viel Feuer. Was soll ich mit so viel Feuer? Ich darf nur aufpassen, dass ich mich nicht hier verbrenne. Ich kann mich ja nicht anständig löschen hier. Löschen. Löschen, löschen, löschen. Noch mit Zongi, Pikmin. Mein Gott, die sind hier überall. Sie grunzen mich an. Erstmal höre ich immer noch diesen scheiß Gas. Was mich... Ah, er hat mich gesehen. Da ist er also. Ha! Jetzt lasse ich dich verraten, du Drecksägen. Komm her, komm her. Ich glaube, jetzt habe ich eine Idee, warum der gerade so schnell gestorben ist. Wahrscheinlich haben die Gas sich gegenseitig beschossen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. So schnell kann ich überhaupt meine Pfeile nicht nachladen. Hä? Oh, cool. Man kann die Feuerwelle also weghauen? Ist auch nicht schlecht. Scheiße. Boah, das war Glück. Na komm, wollen wir mal gucken, ob ich das Ding zurückschlagen kann. Komm, wir müssen Feuertennis machen. Und... Ha! Na toll. Bringt aber nicht viel. Ich mag das schon. Das wird wahrscheinlich auch wieder nicht reichen. Ich werde wahrscheinlich... mir noch extra Treppichen bauen müssen. Oh, was ist das denn? What the fuck? Ich habe ihn noch nie gesehen. Na, scheiße! Hau ab! Brenne! Boah, hast du mich jetzt erschreckt. Boah, ihr steht mir voll im Weg. Wisst ihr das? Boss, you're in my way. You got to move away from there open. You're in my way. Was soll's. Wow! Scheiße. Das war... eher unklever. Nein. Verdammt. Geh bloß weg! Das Kerl. Aber jetzt bin ich da, wo ich hin wollte. Nämlich in der Burg. Und ist dieser Zombie-Figman da hinten jetzt auch feindlich? Ja, das sieht sehr stark danach aus. Halt die Fresse. Stirn. Netherbrick abbauen. Wenn man eigentlich... Ach du Scheiße! Mein Gott. Schaffen die es auf einmal, mich nicht anzuzünden? Was ist das denn? Ah, Zombie-Figman, der mich wahrscheinlich töten möchte. Und ich hab grad überhaupt nichts, womit ich mich... Nein! Dahin sind ja noch mehr! Schöne Melodie. Äh... Kennt sie jemand? Das ist jetzt nicht so die bekannteste Melodie. Kommt aus einem Mega-Man-Spiel... Ah, verdammt! Ich musste mich natürlich ablenken lassen mit der Musik. War ja klar. Was soll's? Komm her. Ich hab die Fassendicke. Ach shit, das funktioniert ja gar nicht. Ständig will ich an zu brennen, ey. Ich kann kotzen. Dieser... Ne, der muss weg. Ich hab da leider keine Möglichkeit. Ha, weg ist er. Na toll. Oh, das klingt jetzt tot. Oder? Ja, scheiße. So ein Scheiß. Okay. So, ich hab mir mal eben offscreen eine Lederrüstung gebaut, damit ich nicht so ganz unverteidigt in den Nether gehe. Ich hab mir außerdem ein bisschen Eisen mitgenommen. Aber wenigstens hab ich den Spawner kaputt. Es war ein bisschen Kamikaze, aber was soll's. Es hat wenigstens ein Ziel anzüttelt. Ja, schön. Warten Moment, kann ich mich nicht schrauben. So, tschüss. Oh, das war so ein Achievement. Gut. Warum auch nicht? Guck mich nicht so an. Nee. Das ist den Scheiß. Ich lass euch ja jetzt in Ruhe. Braucht gar nicht so beleidigt zu gucken. Einen Netherbrick Zaun brauch ich nicht unbedingt. Könnt ihr mir nicht einfach aus dem Weg gehen? Ist ja schön, dass ihr mich lieb habt. Spannend. Die Lava stört. Da könnte vielleicht noch was drin sein, aber die Lava krieg ich wahrscheinlich nicht gut aus dem Weg. Na, ich guck gleich mal, ob ich was machen kann. Ähm, ja, jetzt muss man auch passen, dass ich hier nicht mich selbst auf Fackel. Eins. Und zwei. So, jetzt haben wir die Lava abgeschnitten. Jetzt. Äh. Ja, hat gar nichts gebracht, wie ich gerade sehe. Super. Jetzt ist das hier ein neuer Punkt. Ist ja auch spannend. Ja. Wieder ein paar Pikmin. Das hier sieht aus wie ein Brunnen. Es ist auch ein Brunnen. Ein Lava-Brunnen. So, ähnliches habe ich von meinem Haus nur mit Wasser. Eigentlich kann ich das mal abbauen. Boah, du stehst mir voll im Weg. Glaubst du mir das? Ja, wunderbar. Fackel ab. So. Ja. Noch ein Stack wäre gut. Habe ich irgendwo noch was, was ich wegräumen kann? Ich habe Goldnuggets. Warum habe ich Goldnuggets? Ich werde wohl irgendjemand getroppt haben. Ähm. Lederhelm. Ich habe eigentlich nichts, was ich wirklich loswerden kann. Na gut, dann mache ich den Stack noch voll und dann laufe ich wieder zurück nach Hause. Hier. Versuchen wir mal hier lang. Ah, ich glaube da hinten. Ja, genau. Da ist da diese... Ja, komm her, du Garst. Oh. Das ist das erste Mal, dass ich mitgefühlt habe, dass die irgendwie kreischen. Weil sie trifft. Mir ist sonst nicht aufgefallen. So, jetzt sind wir wieder hier. Fertig. Gut. Damit habe ich jetzt quasi, äh... Erstmal meinen Soll erfüllt, sozusagen. Werde jetzt mal schauen, dass ich meinen Bauprigg weiterbauen kann. Und falls ich nicht genug Neusellbrigg habe, dann sehen wir uns bald wieder. Und ja. Danke fürs Zuschauen und bis bald.